Was war das erste Mal, als ich da reingekommen bin? Also das erste Mal, als ich da reingekommen bin, habe ich mich wie im Space Shuttle gefühlt. Und ich bin völlig platt gewesen von den ganzen Maschinen und Aufzeichnungen und Vermessungen und was es da alles gab. Das war schon bemerkenswert.